Mein liebes Publikum in Taiwan und auf der ganzen Welt, schön hier zu sein. Mein Name ist Walter Werzova und es ist wirklich gut, mit Ihnen reden zu dürfen. Ich bin in Österreich geboren, nach Amerika ausgewandert, habe dort 30 Jahre lang gelebt und fertig studiert und bin jetzt wieder in Wien. Und als ich nach Wien kam, bekam ich diesen Anruf von Herrn Matthias Röder, der ein Harvard-Student ist, ein Doktorrat von Harvard hat und er fragte mich, Walter, willst du mit Beethoven eine Symphonie schreiben? Ich habe das natürlich erst als gedacht, das ist ein Spaß und habe etwas Lustiges zurückgeantwortet. Aber ich habe gemeint, ja wirklich, es ist eine Möglichkeit da. Und als Musiker und als Technologe gab es nur eine Antwort, ja natürlich. Und zweieinhalb Jahre später haben wir das Werk aufgeführt und es ist sogar in die Albumcharts gekommen und auf Platz zwei. Was Beethoven sicher sehr gefreut hat und natürlich auch mich. Was haben wir gemacht? Wir haben sehr wenige Materialien vorgefunden. Beethoven, bevor er starb, wollte noch eine zehnte Symphonie schreiben. Er hat ein paar Themen aufgeschrieben. In seinen Notizbüchern hat Briefe geschrieben, wie und was und wo er wollte. Zum Beispiel, dass er in den alten Kirchentonarten komponieren wollte, zumindest Teile der Symphonie. Und jetzt bedenken, dass jeder Satz einer Symphonie in diesem Stile so 30.000 Inputs hat. Es sind halt die paar Takte, die wir gehabt haben, sehr wenig. Und die Angaben, die wir gehabt haben. Er wollte die Pathetik, ein Jugendwerk hineinnehmen. Gratulationsminär, ein Werk, das er später geschrieben hat. Er wollte eine Fuge. Und es zeigte irgendwie sehr in die Richtung einer sakralen Welt. Er hat sicher schon besetzter gewesen in den letzten Jahren vor seinem Tod. Er war völlig taub, was sicher sehr, sehr frustrierend ist für einen Musiker und abgeschnitten von der Welt. Er hat sicher irgendwo hinausgeschaut in neue und andere Welten. Er hat sehr viel in den Osten geschaut und hat dort Dinge gefunden, die sehr mit ihm resoniert haben. Deshalb haben wir gedacht, dass eine gewisse Spiritualität wichtig ist im Werk und haben deshalb eine Orgel mitgenommen. Er hat ja das Publikum mit dem Chor in seiner Neuen im letzten Satz geschockt. Stellen Sie sich vor, es war wirklich ein Schock, dass jemand in einer klassischen Symphonie einen Chor verrichtet und alle Regeln gesperrt hat. Er war, wie das so, wir vergessen es vielleicht oft, er war ein Revoluzzer. Er hat oft angeeckt. Es ist vorgekommen, dass das Publikum es überhaupt nicht gern gehabt hat, was aufgeführt wurde. Beim Violin-Konzert hat der Violin-Vidose gemeint, dass Beethoven nicht für Violin schreiben kann. Es sind sicher sehr viele Rückschläge in seinem Leben passiert, aber er war schon überzeugt, dass er ein Genie ist. Wir wissen natürlich jetzt, dass er ein Genie war. Mit einem Genie arbeiten zu dürfen in diesem Ausmaß ist natürlich ehrend und wirklich wunderschön. Wie gesagt, es war eine tolle Zusammenarbeit zwischen der Technik, der künstlichen Intelligenz und meinerseits als Kreativer. Ich habe sehr viel gelernt. Es hat viel Spaß gemacht. Es hat mir schlaflose Nächte gekostet und viel Freude. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen dieses Werk. Alles Liebe und gute Unterhaltung. In der Zukunft bin ich in der automatischen Verkridge-Kreishe Mails. Es war die erste Zeit. Ich habe hierher eine neue Vertragung und das zeigt, dass ich die technik-Kreis-Kreis-Algen kann mit der Technik-Kreis herausmarsch. Ich habe jetzt die Analyse-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis zum Erg-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Ich weiß, dass sie viele, viele, viele Informationen zu haben. Und dann haben sie auch die Musiker und die Musiker. Und dann haben sie mit AI gemacht. Aber ich habe in diesem Zeitpunkt, dass ich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, in diesem Zeitpunkt, er hat sich die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, ist es wie möglich. Wenn diese Dinge ist, dann ist es eher nachher. Das ist natürlich auch nachdem. Das ist auch nachdem. Das ist auch nachdem, wenn sie später noch etwas, zum Beispiel, zu machen, zu machen. Oder wenn sie noch mehr, zum Beispiel, und mehr als das die ganze Zeit der die Musik und die Zeit in der Zeit die Situation in die Zeit in die Zeit in der Zeit die Musik ist das was, was Beidouf ist? Ich dachte, wenn man heute Beidouf hat, 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 das ist, was ich noch nicht erwartet? Das war die Beidouf, aber auch die Beidouf sagen, Nein, das ist nicht das ich. Weil diese, die ich jetzt, die ich meine Sachen habe, aber ich möchte, die ich noch etwas besser machen habe. Das ist eine Art der Beste, die ich damals noch etwas auszulter so sehr. Das ist die die Art von den Körnern. Ich denke, dass ich das in die Form von der Körnern habe. Ich hoffe, dass ich die Beidouf zu zeigen. Ich hoffe, dass ich das mit Beidouf feststelle. und das ist eine große Herausforderung. Das war das ein bisschen, als ich auch diese Art und AI-Konferenz habe ich die Veränderung im Zusammenhang von einer Art und Art, die Akenten und Art und Art. Das ist eine kleine Worte. In der Zeit, habe ich noch nie mit der Art und Art und Art, die Ausbildung in Komponien zu kennen. Und dort ist ein bisschen die Ausbildung. Das ist die Auswirkungen. Aber die Art und Art, Ich glaube, dass wir gerade ein bisschen was wir an der Weihnachtsmann anzutre, dass wir eine sehr wichtige Zusammenarbeit haben, die wir mit dem anderen Art und des Spiels. Im Übrigen wir das Video, im Übrigen wir das Video gesehen haben, und im Übrigen die Begründung im Übrigen. Wir sind also ein paar Fragen. Ich glaube, diese Art mit einem E-Bahn-Eich-Signal ist die Einheit. Das Räumen ist die Einheit mit dem E-Bahn-Eich-Signal. Ich denke, das ist die Einheit, die sich in der Kiefer im Leben und die Ausbildung in der Duft. Es ist die Einheit im E-Bahn-Eich-Signal. Es ist ein sehr, 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 ganz anderes. Aber mit dem E-Bahn-Eich-Signal ist es wie ein Dramatis-Signal. Das zwei Dinge, die sich in einigen. Es wird sich auch ein bisschen was für die Verwalt. Das ist ich in der ganzen Zeit, der sich in der ganzen Zeit. Es ist nicht so, wie es sich als eine Verwaltz? Es ist noch, dass diese Musik sehr wie ein Mensch. Es ist noch nicht so, wie es noch ein bisschen wie. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Weil viele Die Erreignisse in den 10. Der Erreignisse hat viele Erreignisse Erreignisse Es ist ein bisschen anders, aber nicht anders. Es ist ein bisschen wie ein Teil des Erreignisse Ich denke, dass man sich alle eine andere Erreignisse Es ist ein bisschen wie ein oder nicht Das ist ein bisschen und dann wird es noch einmal veröffentlichen. Wir werden sehen, dass die Zukunft der Verkaufs-Geräusch im Hintergrund der Verkaufs-Geräusch und die Verkaufs-Geräusch. Untertitelung. BR 2018 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 Wir werden in der古sten Kampagne wiederholfen, die wir in die meisten Gute spielen. Die Hauptstadt wird von Menschen aus der Kampagne ausgeliefert. Nachdem wir die AI-Kampagne ausprobieren, wird die KI aus der Kampagne ausgeliefertigen Kampagne ausgeliefert. Zum Beispiel geht es um den Künstlern zu dem Künstlern zu erzeugen. Das wird in einem Künstlern aus der Künstlern georganisiert sein. Das ist wie der Künstlern, das ist in der Künstlern noch nicht so. Des Künstlern, die Künstlern sind schon von Künstlern. Aber bei einem Künstlern ist eine Künstlern von Künstlern. Das ist ein Künstlern von Künstlern. Ich bin von dem Anstmurkens Chicagoer in der ersten Zeitgeist struktur. Ich bin von der ersten Zeitgeist in der Welt. Es gibt die Künstlerosysteme, die Künstlero-Geräuschprofil. Es gibt auch die Künstlern-F träumen. und auch diese Und erinnungsstörungsstörungen Wie ist die A.I. der Karte? Wie ist die A.I. der Karte? Ich denke, dass ich so viele A.I. der Karte der Karte im Film habe ich noch einmal sehr, dass wir in der Ruhstung der Karte haben wir die A.I. der Karte sehr speziell von dem anderen Karte die Musik auf der Karte auf der Karte die Karte auf der Karte und die Karte auf der Karte die Musik auf die Karte hat sich an die Karte Das ist eine große Herausforderung. Das ist die Anlage von uns im Hintergrund, den dann wurde es der Begrunsch auf das Projekt. Das ist eine Anlage von uns im Hintergrund. Das ist das Teil, dass ich einmal mit uns im Hintergrund das war das erste Mal im Teil der Aktion. Also, das war das in der Reihe, der Raum ist im Hintergrund, das ist ein ganzes Gericht. Das war das in der Film im Hintergrund. Das ist eine sehr wichtigste Erfahrung. Das ist eine sehr gute Herausforderung. Ich glaube, wir haben viele Einschränkungen in der dieser Reihe, wir haben sich über 2 Jahre, im Anfang deroscultur mit den Werteigern um den Werteigungsstoffgleich, wir haben gerade vielevis dirtες im Werteigungszertes vorgezbres. wir haben erstmalig dort Das syrup gekriegt, die Werteig升ufive- mag. Aber allerseits wütend und die Werteigung für den Werteigungszertes. Wenn man mit den Bordern geschlagen auf einen Planeten K cementierer, Ich denke, man will vielleicht verstehen, dass diese Zeitung der Kategorie ist, ob sie die Dinge zu sehen, oder wie es sich in die Situation aufhören. und auch sehr gut auch dweilen, dass ich ich so etwas nicht schildern kann. Aber eigentlich, bei der ersten Zeit, der AI-Boo-Klub von Handel Riefer hat sich immer daran gedacht, dass man sich nicht so etwas will. Das令 uns auch immer sehr viel zu sagen. Wir haben die Geist-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits. Wir haben auch noch ein wenig mehr Erzählungen in den Ausführungen. Wir haben die Musik-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits. Die ganze Zeit, ich habe noch ein bisschen Zeitgeist-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits-Hits. Ich glaube, es ist sehr viel zu viel von AI. Es ist auch ein bisschen von AI-Bestoffen. Aber es ist auch ein bisschen von Beiddofemm. Und ich glaube, das Ganze in der配置 der Verkaufs-Ton hat sich auch noch so viel zu viel von einem neuen Spiel. Also ich hoffe, dass es die Verkaufs-Ton wird. Im Zukunfts-Ton wird die Verkaufs-Ton Ich hoffe, dass wir die Art von AI-Bestoffen aktuell sind die Vorbereitungen von AI-Bestoffen. Es kann, wie gesagt, Beidefens der 10. Gelso ein曲, er hat viele Beidefens-Geräusche oder den Geschichten zu studieren. Das ist alles, dass wir nachsichtigt haben. Aber wir sehen uns auch, dass wir uns AI-König machen können. Weil wir jetzt noch, AI-König zu machen, hat das noch nicht zu einem Tag. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Wir sehen uns, dass wir uns auf diese Weise gehen. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020